Ja, ich darf den lieben Kurt Söser vorstellen, der uns über sein Experiment berichten wird. Die selbstverantwortliche Beurteilung in einer 1-zu-1-Klasse klingt sehr spannend und ich freue mich auf deinen Vortrag. Bitte gerne. Dankeschön, Margit. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut hören und auch meinen Bildschirm sehen. Ich werde ein bisschen was mit einer Präsentation am Anfang machen und dann zum Schluss auf Live-Demo schalten. Also ich hoffe, freue mich, wenn auch viele Fragen, ich mache mir nebenbei auch den Chat noch auf, gleich einfach in den Chat die Fragen reinstellen, dann kann ich das ein bisschen nebenbei vielleicht schon einbauen. Wenn man die Vorgängerveranstaltung mitzählt, dann ist ja das jetzt schon die 11. Fachdidaktiktagung. Bei mir war 2010 oder 2011 das erste Mal, damals also noch Kassen-E-Learning-Fachdidaktiktagung und deswegen freut es mich immer mehr. Und sehr, sehr, wenn da eben bekannte Namen dabei sind, auch wenn wir immer noch unter Anführungszeichen zu Hause sitzen. Aber das bringt mich ein bisschen unter Druck, weil ich muss immer was Neues auch erzählen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kommen die Leute nicht vorbei. Also aber trotzdem, Dankeschön, dass ihr vorbeischaut und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen über meinen Selbstversuch. Es wird nicht mathematisch, obwohl mein Fach Mathematik ist. Ich unterrichte an der Hacksteier Mathematik, aber das ist halt mein Fach. Aber ich glaube, dass diese Dinge, die ich gerade dann zeigen werde, dass die vielleicht auch für andere Fächer interessant sein könnten. Die Mathematiklehrer kennen aber ganz speziell wahrscheinlich diese Situation, wenn man in der Schule die Schularbeit korrigiert und dann eben verbessert und zurückgibt. Dann ist so eine ganz spezielle Stimmung in der Klasse. Die Schüler fürchten sie zu Tode und wenn man dann verbessert auch noch, dann kommen sie immer mehr drauf und sie schwitzen, um Gottes Willen, was habe ich denn alles falsch gemacht? Und wenn man dann das auch noch zurückgibt und dann meistens noch eine knappe Schularbeit zurückgibt, also bei uns ist das so, mit 40 Punkten ist das festgelegt und 20 ist dann positiv. Dann kommt bei vielen diese Meldung, ja, Gott sei Dank, vier gewinnt. Das war zwar knapp, aber vier gewinnt und es reicht. Und das ist etwas, was mir jetzt, seitdem ich Lehrer bin, Mathematiklehrer immer schon, elendiglich, ich sage es ganz ehrlich, stört und wo ich nicht verstehen kann, dass wir tatsächlich Leute zum Halbwissen erziehen. Es steht nämlich auch so, nicht in unserem Lehrplan und auch nicht in unserer Leistungsbeurteilungsverordnung, es hat sich einfach eingebürgert. Braucht es nicht vorlesen, jeder kennt es, das in den wesentlichen Bereichen überwiegend heißt für die Schüler 50 Prozent. Das heißt auch eigentlich gar nicht, sondern es heißt eigentlich in den wesentlichen Bereichen überwiegend für ein genügend. Gerade in der Oberstufe, gerade in der HAC merke ich das und ich unterrichte auch in der Abendschule. Die sagen mir das auch unverblümt ins Gesicht und sagen, okay, ich lerne sonst nur noch die Hälfte, weil was brauche ich denn mehr? Ich will die Matura schaffen. Das schaffe ich mit der Hälfte locker und das widerstrebt mir, seitdem ich Lehrer bin eigentlich. Es gibt ein paar Dinge, die halt eben im Leben vielleicht mit 50 Prozent und ein bisschen mehr funktionieren, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, ist das eine schlechte Strategie und das ist etwas, was ich auch meinen Schülern ziemlich eindrücklich sage und da kämpfe ich schon seit Jahren, seitdem ich Lehrer bin und auch als Schüler habe ich mit dem schon wahnsinnig gekämpft. Ich sage immer ein blödes Beispiel, so sage ich es meinen Schülern auch, ja, es ist nett, wenn du in der Halbzeit 1 zu 0 fahren wirst und zum Schluss hast du dann 7-1 verloren. Also das bringt wenig, gerade in der Mathematik, weil was passiert, wenn du das eine Tor oder wenn die Halbzeit eben weitergeht oder wenn du die Hälfte anpeilst und es wird dann trotzdem ein bisschen zu wenig. Und aus dem heraus, oder vielleicht nur eine Kleinigkeit vorher, es gibt eine Sache, da reicht 50 Prozent plus ein bisschen was, nämlich beim Geldschein, wer das nicht weiß, also wenn wer 50 Prozent plus einen kleinen Puzzle mehr hat, dann ist das mit dem Geldschein, dann gehört dir der Geldschein, dann ist der das wirklich wert. Aber ich glaube im Leben geht es nicht um 50 Prozent und ein bisschen was, sondern es geht eigentlich darum, gerade in der Mathematik, wir kennen das, sie lernen aber nur so stückweise und so ein bisschen, klassische Schneeschaufler-Taktik und dann auf einmal in der Oberstufe, wo ich bekomme, ja, das habe ich irgendwann einmal gehört, aber richtig verstanden habe ich es nie. Es kommen ein paar andere Sachen dazu und das möchte ich alles ein bisschen vorausschicken, um das zu verstehen, warum ich das so aufbaue und warum ich seit 15 Jahren auf der Suche nach dem Heiligen Kral bin. Die Leistungsbeurteilungsverordnung kann ich nicht ändern, aber ich kann in den Köpfen verändern, dass 50 Prozent nicht reicht. Und ich bin während meines Studiums, also ein bisschen walking down the memory lane, schon in Kontakt gekommen mit einer lehrenziellorientierten Beurteilung, mit Pensenbüchern, mit dem ganzen Klim-Bim, wie sie auch immer heißen. Und deswegen ein Blick in die Geschichte. Ich habe tatsächlich im Pädagogik-Seminar 2001 oder so oder 2000 auf der Salzburger Universität zum ersten Mal diesen Begriff gehört, LOB, und damals war es noch Professor Herber, wer vielleicht ihn noch kennt, der gesagt hat, oder dieses System mit Erweiterungsziele und Basisziele und so weiter und das eben auch in der Beurteilung einfließen zu lassen. Auf der Uni Salzburg habe ich dann auch ein Methodik- und Didaktik-Seminar gehabt, wo ich Gott sei Dank eine der vorbildlichsten und für mich inspirierendsten Direktorinnen und damals auch Mathematiklehrerinnen gehabt habe, die uns auch mitgenommen hat ins Gymnasium Zaunagasse, wo ich dann auch mein Probejahr gemacht habe, wo eben mit lernzielorientierter Beurteilung gearbeitet worden ist. Und seitdem habe ich das in verschiedensten Varianten eigentlich in meiner Beurteilung eingesetzt. Wie dann selber, weg vom Unterrichtspraktikum, praktisch als Volllehrer unter Anführungszeichen in das Stiftsgymnasium gekommen bin, habe ich auch versucht, das darzustellen. Ich habe in der Vorbereitung versucht, ein paar Dinge noch rauszukramen, aber das würde einfach zu lange sein. Und dann halt in der Haag-Steuer, wo ich jetzt bin, habe ich das genauso weitergemacht. Also eigentlich ist das heute wirklich so 15 Jahre Erfahrung, immer wieder mit veränderten Dingen und es ist Work in Progress. Das ist ganz wichtig. Nur damit man sieht, was da dahinter steckt oder wie ich das angegangen bin, ich habe einfach versucht, die Lernziele, sei es jetzt in Lernziel-Tagebücher, so abzubilden. Unglaublicher Aufwand natürlich, Kenner wissen, dass das Excel ist, dass man dann das alles abbildet, pro Schüler mit Punkten und verschiedensten Systeme mit erreicht und drei Punkte und fünf Punkte. Ich habe genau bei der Veranstaltung, wie ich schon mal gesagt habe, vor, ich glaube, sieben Jahren, habe ich mal gesagt, eine lernzielorientierte oder eine handlungsorientierte Beurteilung. Ich war damals in Linz im Hörsaal sowieso auf der PH, habe ich mal das dargestellt. Also es ist wirklich ein laufender Prozess, wo ich sehr, sehr viel einfach immer herumexperimentiere und die größte Schwierigkeit ist es dann immer auch, den Schülern klar zu machen. Nicht nur zum Beispiel eben mathematische Lernziele, inhaltliche Lernziele, sondern auch so Handlungsziele. Das ist immer alles natürlich in einem extremen Graubereich auch von der Leistungsbeurteilungsverordnung und mit extrem viel Aufwand. Ich habe einfach mir den Spaß erlaubt, einmal wieder so einer meiner Excel-Tabellen, die ich für jede meiner Matheklassen geführt habe, da darzustellen. Und ja, ich mache es jetzt als Mathematiker natürlich dann mit Excel und lasse es dann ausrechnen, weil logischerweise die irgendwann von einer Note kommen. Und aus dieser ganzen Vorgeschichte bin ich jetzt im Wintersemester 2021 wieder vor dem Problem gestanden. Was machen wir denn jetzt? Wir sind unter ein paar Ideen oder ein paar wichtige Voraussetzungen im Hintergrund. Wir sind eine modulare oder neue Oberstufe oder wie es jetzt heißt SOST. Ich sage mal ein bisschen Augenzwinkern auch dazu. Ich glaube, das Ministerium hat das absichtlich so jetzt mit der Abfolge genannt. Wenn wir jetzt auf einmal MNS, also Mund-Nasen-Schutz, so weit vorausschauend war das Ministerium schon, dass sie eben hier auch diese Beschreibungen der modularen Oberstufe schön anpassen an die aktuelle Corona-Situation. Aber das verwenden wir jetzt seit fünf, sechs Jahren gibt es die bei uns und deswegen sehe ich das tatsächlich als cool. Also wenn ich jetzt in der zweiten Klasse unterrichte, dann ist das für mich nach der neunten Schulstufe eine modularisierte Oberstufe. Und dieses Modul Wintersemester und Sommersemester wird komplett frei abgerechnet und genauso in dem Semester sollen die Leute dann auch ihre Note bekommen. Dann Hintergrundinformation für die Leute, die nicht an der HAC unterrichten. Wir haben eine einzige Schularbeit, also pro Semester, pro Modul mit 40 Punkten. Das ist in Oberösterreich, so informiert bin von der AG, ziemlich akkordiert und abgesprochen, da kann ich nicht aus. Wenn es nach mir geht, ich möchte gar keine Schularbeit mehr schreiben, weil ich es nicht brauche, weil ich es komplett sinnlos finde, weil Schüler das bis zum, also wirklich austesten Ende nie. Ich habe Klassen gehabt, die haben das gesagt, so, ja die Schularbeit passt uns vom Termin nicht rein. Wir schreiben alle an nicht genügend oder mehr als die Hälfte an nicht genügend, weil ich muss das so und so wiederholen. Also solche Aussagen hört man von 16-, 17-, 18-Jährigen unverblümt, weil eben die Schularbeit so wichtig ist. Jetzt kommt zum Beispiel eine andere Thematik, ja es wird es Ende April ist vielleicht Mathe-Schularbeit. Der schreibt dann drei auf die Mathe-Schularbeit. Ja, super, passt wunderbar. Das Semester ist geritzt. Tut im Mai, Juni und Juli, eh nicht mehr wirklich viel, aber er tut nichts mehr mit. Das heißt, die Schularbeit ist durch diese eine punktuelle Leistungsfeststellung so wichtig für unsere Schüler geworden in den Köpfen, wo ich auch gesagt habe, das kann nicht sein und es passt mir oft nicht rein. Wir kriegen es sogar auch vorgesetzt, also ich kann mir den Termin nicht aussuchen und der ist bei uns tatsächlich von oben festgelegt. Also das sind alles so Rahmenbedingungen. Und, und das ist wirklich gezählt, zweimal 50 Minuten pro Woche Mathematikunterricht macht 26 Unterrichtseinheiten in diesem Sommersemester. Also das muss ich jetzt wirklich bewusst sagen, da kommen noch zwei kommen noch weg für den Wintersportwochen, die jetzt ansteht, eine für die Schularbeit. Also unterm Schnitt habe ich nicht einmal 20 volle Stunden, weil es sind ja 50 Minuten, die unterrichten darf da drinnen und dann soll ich eben einen gewissen Stoff oder gewisse Sachen soll ich da durchmachen. Da gibt es für mich eigentlich nur zwei Reaktionen, entweder man fängt zum Heulen an oder man nimmt es mit Humor. Ich versuche es immer mit zweiten, weil eigentlich ist das komplett sinnlos. Ja, also wir sollen unsere Maturanten innerhalb von elf Wochenstunden auf eine Zentralmatura vorbereiten. Der Stoff ist nicht weniger geworden, sondern im Gegenteil mehr. Wir sollen noch viele andere Dinge machen, aber das ist eine andere Diskussion. Ich möchte einfach darauf hinweisen, das sind die Rahmenbedingungen, mit denen wir arbeiten. Ich habe genauso viele Stunden zum Beispiel auch wie Religion oder Sport oder andere Fächer. Also hauptfach, nebenfach ist das unser Thema mehr, sondern wir müssen sie zu einer Zentralmatur irgendwie hinbringen und nebenbei auch noch auf Berufsleben und ein paar andere Sachen vorbereiten. Aber man kann da verzweifeln, das ist eine andere Diskussion. Oder man kann eben das machen, was ich versuche, möglichst effizient ist zu planen. Und das möchte ich im Laufe der kommenden 10, 20 Minuten oder 10 Minuten, die ich habe, ein bisschen zeigen. Was ich immer schon mache, ist, seitdem ich an der Haag-Steyer bin, seitdem ich einfach Lehrer bin, logischerweise ist die Grundlage der Lehrplan. Der schaut bei uns ziemlich, also es wird immer behauptet, es ist ein Rahmenlehrplan. Ich sage immer, nein, wir müssen wirklich alles von den Dingen machen. Also auch das hat sich nicht durchgesprochen bei den Kollegen, in zum Beispiel Fremdsprachen. Ja, ich kannst aber irgendwas weglassen. Nein, ich kann nichts weglassen. Die Gewichtung ist natürlich immer entscheidend. Was darf ich denn machen oder was soll ich denn machen, in welchem Ausmaß und so weiter. Was ich seit Jahren mache, ist, dass ich daraus eben meine Kapitel und meine Unterkapitel und Lernziele festlege. Und warum ich das mache, zu dem wir reden noch später gekommen sind, weil wir auch in der modularen Oberstufe immer diese Beiblätter haben. Das heißt, diese Kompetenzbeiblätter, wenn eine negative Beurteilung ist, müssen dem Zeugnis beigelegt werden und das sind schlussendlich genau eins zu eins die Lehrplantexte. Wir haben uns da nichts Neues überlegt, sondern einfach gesagt, okay, das ist Lehrplantext und der ist zugeordnet zu vier Kompetenzen, Kapitel, Themen, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann kreuzen wir einfach an, okay, der hat das oder das nicht können. Und das ist auch schon ein bisschen die Vorgabe, warum ich jetzt eben mit meinem eigenverantwortlichen Beurteilung den Schülern ein bisschen das näher bringen möchte und sage, hey, übernimm Verantwortung, dass du überall den Haken hast, dass du das überall richtig abhaken kannst und erledigen kannst. Das Mathematiklehrer möchte natürlich, dass sie auch möglichst viel mitnehmen und lernen, weil ich immer wieder sage, Mathematik ist ein aufbauendes Fach, wo sie eben versuchen, da weiterzugehen und aufbauen auf die vorherigen Semester. Für die Schüler ist es seit zehn Jahren klar, seitdem ich an der Hack bin, ja, welche Noten kriege ich jetzt, das ist das Wichtigste und in der Nachkommastell muss das in die zweite Nachkommastell beim Prozentrechnen berechnet werden, weil zum Schluss in der letzten oder vorletzten Schulwoche müssen sie unbedingt nur drei Punkte oder 0,2 Prozentpunkte haben, jetzt übertrieben sarkastisch gesagt, um jetzt unbedingt das Genügen zu erhalten, weil das ist das Wichtigste, es ist alles andere ist scheißegal, Entschuldigung. Oder bekomme ich jetzt einen Zweier, wenn ich noch diesen Arbeitsauftrag bekomme? Das sind alles Dinge, das ist mir, seitdem ich Lehrer bin, ist das eigentlich für mich immer das Schlimmste, Noten geben zu müssen, weil wegen dem bin ich nicht Lehrer geworden, ganz ehrlich, sondern weil es mir taugt und gerade Mathematik, weil ich es gern unterrichte, weil ich gern die Sachen zeigen möchte und dass es verrückte Leute gibt, so wie mir meine Wenigkeit denen es auch taugt. Das heißt, ich habe dann irgendwie versucht und auf das werde ich dann noch natürlich genauer eingehen, noch ein bisschen das auch mit Punkten und irgendwie auf eine Note zu kommen. Aber grundsätzlich ist mir dieses Leistungsblatt wichtig und ich werde das dann eh noch ein bisschen genauer zeigen und wahrscheinlich taugt mir dann irgendwie an, weil das in einer Leistungsbeurteilungsverordnung nie so vorgesehen ist. Aber das ist genau das, was ich auch den Schülern sage und ich sage immer, ich spiele immer mit offenen Karten. Ihr wisst ab der ersten Stunde, wie das funktioniert. Ich bin normalerweise sehr viel mit der Microsoft-Technologie unterwegs und das ist so mein Steckenpferd, weil in den letzten Jahren, wer immer bei mir vorbeischaut, aber das heißt, ich nehme auch die Werkzeuge logischerweise her, um das abzubilden, was in meinem Gehirn so entsteht. Ich möchte aber heute nicht zu viel auf diese technologischen, auf die technischen Dinge eingehen. Vielleicht haben wir mal andersweitig Zeit, wo ich das ein bisschen genauer zeigen kann. Ich verwende logischerweise Teams als meine Kursumgebung und da drinnen, und das werde ich vielleicht dann auch noch ein bisschen zeigen, gebe ich die Aufgaben, gebe ich diese Lernziele, wie man da am Screenshot ein bisschen sieht, auf. Das heißt, die Schüler müssen diese Bereiche, wird dann alles in der Deme noch ein bisschen genauer erledigen, mit Datum versehen und so weiter. Das kommt halt auch aus der Pandemiezeit, Arbeitsaufträge. Ich mache so gut wie überhaupt keine schriftlichen, mündlichen oder sonstigen Überprüfungen, da habe ich ganz einfach keine Zeit für sowas. Wenn ich 25 Leute mündlich prüfe, ist das Semester vorbei, sage ich jetzt übertrieben. Das heißt, das sind sehr viele abarbeitende Arbeitsaufträge oder Dinge, die Sie abarbeiten müssen während des Unterrichts zu Hause und außerhalb. Für mich ist das ein ganzes Ding. Ich unterscheide nicht mehr zwischen Hausübungen und so weiter, sondern das sind einfach Aufgaben. Die werden verortet in Teams und natürlich kommt der ganze Content in OneNote vor. Das werde ich dann gleich noch ein bisschen genauer zeigen, wie ich das alles aufgebaut habe. Und der Beurteilungshintergrund, da verwende ich jetzt eben nicht mehr Teams als Aufgabenmodul, weil im Aufgabenmodul kommen sehr, sehr viele andere Dinge zusammen, sondern da ist eben Microsoft Lists im Einsatz. Wer das kennt, das ist eine ganz einfache Datenbank, wo man das super aufbauen kann, dass der Schüler zum Beispiel nur seine Sachen eben genau sieht und dann wirklich mit einem Klick einen Überblick bekommt, was hat der Lehrer eingetragen. Also komplett transparent und auch, man sieht das da, habe ich zumindest einen Kommentar gemacht, dass wir so ein bisschen auch außerhalb der Schule kommentieren können und quatschen können. Hey, wie schaut es mit deiner Note aus? Weil wieder gleiche Sache, wenn ich 26 Schüler erklären muss, ihr füllt das noch, ihr füllt das noch, ihr füllt das noch im Unterricht, dann ist wieder die Unterrichtsstunde vorbei und ich will den Präsenzunterricht wirklich effizient für Lehrvermittlung und für wirklich Unterricht nutzen und nicht für die ganzen organisatorischen Dinge. Ich weiß, es ist extrem unpersönlich, aber das ist so mein Zugang zu dem Ganzen, möglichst effizient die Sachen abzubilden. Das bringt mich eben schon ins Demo und da werde ich geschwind umschalten, dass ihr ein bisschen mehr seht, ein bisschen mehr von meinem Bildschirm. Also ich bin da jetzt in meiner OneNote-Welt, ich habe bewusst mein aktuelles Notizbuch und meine aktuellen Schüler nicht heute vorbereitet, auch um die Schüler zu schützen, um keine irgendwelche Dinge da weiterzugeben, was nicht auf eine Aufzeichnung drauf gehört. Das ist mir wichtig, weil immer, wenn was aufgezeichnet wird, dann kann man das ja alles nachschauen und da ist es wichtig, dass das komplett unabhängig voneinander ist. Das Ganze kommt eben, das habe ich eben so vorbereitet, aus einem Team. Ich habe diese Klasse jetzt einfach Rock-Legenden genannt, habe da ein paar Schüler hinzugefügt und habe Inhalte rüber kopiert. Da will ich nicht zu viel technisch jetzt dazu sagen, ich verwende natürlich die Klassennotizbücher und in seinem eigenen Abschnitt von Teams verwende ich eben auch dann diese Lists. Und die können wir uns dann vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen, wo ich dann mit Berechtigungen den Schülern ziemlich klar die Freigaben gebe, wer kann was sehen. Das geht mit Lists einfach perfekt. Das ist genau für das gebaut worden, das Werkzeug. Und dann kann zum Beispiel eben der Dave Grohl, wenn der da drauf schaut, als Schüler wirklich anschauen, was hat er denn für die Note, was hat er bei der Schularbeitpunkte gehabt und so weiter. Das heißt, das ist wirklich nur seine Übersicht und ich als Lehrer, sie praktisch meinen ganzen Schüler so. Ein technischer Hinweis, ich kann das natürlich dann super mit Excel wieder weiterverarbeiten und das löst auch das ganze Problem, das vielleicht die einen oder anderen können mit den Aufgaben, mit den Kommas und so weiter. Da mache ich ein bisschen Augenzwinkern da, weil das ein sehr beliebtes Problem ist in der Teams-Welt. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Jeder Schüler, um jetzt ein bisschen ins Hands-on zu kommen, hat von mir und ich habe da praktisch die Lernziele vom jetzigen Sommersemester, das Modul, einfach mal vorbereitet. Und jeder Schüler bekommt von mir verteilt wieder über die Klassennotizbuch-Sache ein Leistungsblatt. Dieses Leistungsblatt kann er beschriften und das kann er für sich selbst führen. Das ist seine Lernzielmappe, deswegen diese 10, 15 Jahre, die ich damit schon mit Mappen und Listen und Zetteln und so weiter arbeite. Und da steht halt einfach genau das drin, was ich vorher schon kurz gezeigt habe, einfach nach Kapitel aufgebaut und zu jedem dieser Lernziele, wie zum Beispiel der Trigonometrie, 1A, 1B, 1C und so weiter, gibt es halt dann eben einen Arbeitsauftrag, ein Ding, das er abarbeiten muss oder das er machen soll. Das ist manchmal, oder das ist Großteils von der Seite an sehr, sehr stark von mir vorgegeben, 90%, 95%, du musst das machen, Punkt 1, 2, 3. Also sehr programmatisch und komplett, ja, stupid, mach das einfach, ja. Und wenn ich da zum Beispiel auf Lernziel 1B klicke, ganz stupide, einfache Sachen, das sind Dinge, die mache ich ja seit 10 Jahren. Die Schüler müssen da zum Beispiel eine Seite besuchen, müssen gewisse Dinge, interaktive Übungen durcharbeiten und dass die es beweisen, arbeiten sie eben direkt in die OneNote-Seite da rein. Sie machen Screenshots und haben dann diese Aufgaben da einfach protokolliert. Cool an der Seite, wer den Aufgabenfuchs kennt, weiß, dass man dadurch unglaublich viel an Korrekturarbeit sich spart und das eigentlich automatisch dann korrigiert wird. Und ich sehe einfach nur mehr das Produkt. Es gibt aber auch andere Sachen, das ist zum Beispiel jetzt gerade ein Thema, sie müssen aus der Khan Academy was arbeiten, sie müssen eben, da aus dem Schulbuch habe ich Sachen reingeschmissen, reingekopiert oder auch Onlinequizzes, die ich selber erstellt habe, bearbeiten. Es geht mir da darum, dass alles auf einer Seite beisammen ist. Und wie man da eben sieht, mein Leistungsblatt ist ein Teil davon und die Lernziele sind praktisch die anderen, ist alles in einem Ordner beisammen. Und die Grundidee dahinter ist, wenn ich jetzt da zum Beispiel vom Wintersemester habe, man erlaubt eine Ausarbeitung von einer Schülerin anonym da jetzt rein zu kopieren, dass die alle ihre Lernziele, die sie irgendwie im Laufe des Semesters durchgearbeitet hat, an einem Ort beisammen hat. Also das ist die Grundidee dahinter. Das heißt, das ist komplett losgelöst auch von den jeweiligen Inhalten und so weiter, die wir im Unterricht machen, sondern das wäre auch das, was sie mitnehmen von Modul zu Modul. Das heißt, ich sage dann eben am Ende vom Semester, lieber Schüler, liebe Schülerin, wenn du möchtest, nimm dir diesen Ordner da mit. Da ist alles drinnen. Man sieht, ich habe da eben diese stiftbasierte Tabletklasse, wo sie wirklich alles protokollieren können und dann können sie das mitnehmen in die nächsten Semester und nur um ein paar Eindrücke zu bringen, eben was da alles so vorkommt. Das sind keine High-Class-Sachen, sondern mir geht es nur darum, alles ist in OneNote drinnen und da kommen nicht Arbeitsaufträge, die ich da jetzt schon seit zehn Jahren mache, kommen da drinnen vor oder eben auch Live-Lernzielkontrollen. Also auch, es kann auch passieren, dass ich sage, du hast jetzt genau 30 Minuten in den Unterrichts einer Zeit und jetzt arbeite da drin. Was ich da eben vielleicht noch vom Technischen sagen möchte, ist, da gibt es ein paar lässige kleine Möglichkeiten, wie man das Ganze dann auch mit relativen Links in OneNote erledigen kann. Das heißt, wenn der Schüler jetzt tatsächlich auf dieses 1a, 1b und so weiter klickt, dann kommt er immer genau dorthin. Und die anderen Links sind halt eben in die Inhaltsbibliothek. Wie gesagt, ich würde jetzt viel Technisch-Mathematik machen, aber ich versuche dann auch, meinen Bereich als Lehrer so abzubilden, dass ich sage, okay, was ist für dieses Lernziel, für diese kleine Einheit, das ist meistens eine oder zwei Stunden Unterricht, was ist denn da wichtig? Dann wieder genauso benannt, LZ1C, Winkelfunktionen, da steht nochmal, um was geht es genau. Klassisches Pensenbuch, wie man im deutschsprachigen Raum dazu sagt. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel letzte Woche gemacht habe zum Thema Einheitskreis und so weiter. Also da findet man dann die jeweiligen Inhalte, die ich auch produziere und die die Schüler auch in ihrem Bereich haben. Also das ist ja, weil das ja ihr Schulübungsheft ist, haben die das dann auch so drin und können da auch ihre Mitschrift und so weiter führen. Aber das ist nicht mehr etwas, was sie dann mitnehmen sollen, sondern das nehme ich ja eh mit. Das sind eh meine Inhalte für die kommenden Jahre, wenn ich es weiter unterrichten darf. Und dadurch ist das halt danach hoffentlich irgendwann einmal so zusammengesammelt, dass ich halt Lernziel für Lernziel, also Inhalt über Inhalt, kann natürlich jetzt auf 12 Jahre OneNote zurückgreifen. Da habe ich schon einiges logischerweise und kann so das durchgehen. Für mich ist dann einfach, ohne den technischen Aspekt, noch zwei daraus zu gehen, dass ich einfach die Aufgaben in Teams mit dieser OneNote-Seite verteile. Dadurch bekomme ich dann eben auch, ich habe das hier noch kurz vielleicht als Demo, wenn es mir noch öffnet, einen schönen Überblick in den Aufgaben. Wer hat wann welches Lernziel erreicht? Wer hat wann welche Sache gemacht oder nicht gemacht? So wie ich da jetzt eben zum Beispiel in dieser Testklasse das reingeschrieben habe, okay, für das verwende ich noch die Aufgaben und da hat jetzt natürlich nichts, niemand wäre was gemacht in meiner Demoklasse. Aber das ist noch für mich jetzt ganz wichtig, um das auch noch den Überblick nicht zu verlieren, weil es eben super auch mit OneNote zusammenspielt. Um zum Abschluss zu kommen, nicht euch noch zu lang zu parisieren oder wie hat das Ganze funktioniert, es ist wieder ein Versuch gewesen, die Schüler nehmen es, manche sehr positiv, manche sehr mit gemischten Gefühlen auf und das Problem ist halt immer den Schülern klarzumachen, dass es wirklich darum geht, bis zum letzten Punkt, du musst dir das wirklich bis zu dem Termin liefern und du musst dir das wirklich so machen, dass das dann dein gesamtes Arbeitspensum, deine gesamten Lernziele erreicht hat, sonst schaut halt die und die schlechte Note heraus. Denken immer noch im Notendenken, das ist vollkommen klar und das führt halt genauso wieder dazu, ja, darf ich es nachbringen, darf ich das noch nachholen oder was soll ich denn noch alles machen, damit ich dann ein Zweier bekomme. Und das hat halt wirklich dazu geführt, dass drei Wochen vor Semesterschluss 20 Leute auf ein Nichtgenügen gestanden sind, weil es sind Jugendliche, die halt gewisse Termine nicht einhalten oder sie sind dadurch nicht besser oder schlechter und das müssen sie erst lernen. Das war jetzt im Wintersemester so mein Learning, eben nicht mehr so lang zuzulassen, dass sie eben bis zum Semesterende Zeit haben, diese Dinge zu erledigen, sondern wirklich klare Deadlines zu setzen, gibt mit Aufgabenmodul im Teams des UEA und wer es bis dahin nicht gemacht hat, hat tatsächlich keine Chance mehr, das nachzuholen. Und das ist ein schmerzhafter Lernprozess von meiner Seite, auch von den Schülern. Es schaut irrsinnig viel noch Aufwand auf, vielleicht diese vier Bilder noch ganz zum Abschluss. Von meiner Seite habe ich das Gefühl, ich arbeite nicht mehr oder weniger als sonst. Also es ist genauso wie auch immer. Ich habe irrsinnig viel, auf das ich zurückgreifen kann, natürlich aus den letzten Jahren, wo ich mir sehr viel Zeit spare oder wenn ich gerade in der Mathematik jetzt drei Klassen parallel unterrichte, wo ich natürlich dasselbe öfter als einmal verwenden kann. Und von der Schülerseite ist halt das größte Problem immer noch die Organisation. 15, 16-Jährige sind mit Deadlines überfordert. Das ist mein Learning und das muss man einfach eher noch viel drastischer und viel klarer beibringen. Es ist fünf nach zwölf, ist genau fünf Minuten zu spät. So wie ich jetzt schon ein bisschen überziehe, ist, war ich dafür. Deswegen habe ich das selbstverantwortlich ein bisschen mit Fragezeichen hinterlegt. Sie sind es nicht gewohnt, da auf Ihre eigene Note zu schauen. Also meine Schüler, mit denen ich zumindest bisher gearbeitet habe, in der Abendschule schaut es ein bisschen anders aus. Da sind es schon ein bisschen mehr in dieser Selbstständigkeit drinnen, sondern hauptsächlich Erwachsene, aber ein Großteil dann auch wieder, meistens kleine Kinder unter Anführungszeichen. Und so wird der Versuch weitergehen. Und mein Ziel ist jetzt mit diesem konkreten, ganz straffen Organisation, dass ich schlussendlich in spätestens zwei Jahren alle diese Lernziele, so wie es der Ingo vielleicht vorher gezeigt hat, schon so unglaublich perfekt und unglaublich mühsam, ich weiß, was da für Arbeit dahinter steckt, Ingo, unglaublich, dass das irgendwann einmal fertig ist und dass ich praktisch so fertige Lernzielformulare, Blätter und Sachen dann einfach nur einmal austausche, Teile verändere und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema dann und vielleicht darf ich nächstes Jahr beim zwölften Anniversary dieser Tagung, für mich gibt es schon viel, viel länger diese Tagung, dann ein bisschen wieder mehr erzielen. Ja, danke lieber Kurt. Es ist wahnsinnig spannend, was du da erzählst und ich kenne die Situation natürlich wie alle anderen, die da jetzt zuhören, glaube ich auch. Ja, die Zeit ist leider um. Ich weiß, du hättest noch ganz, ganz viel, was du uns erzählen kannst, aber ich bin gespannt, vielleicht machen wir es wirklich so, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist und erzählst, wie es damit geht und ob da jetzt ein Fortschritt auch bei der Organisationsstruktur der Schülerinnen und Schüler zustande gekommen ist. Aber danke auf jeden Fall. Fragen waren keine im Chat. Du hast es perfekt präsentiert. Ich habe direkt Fragen bekommen, die werde ich noch direkt beantworten. Dankeschön. Ja, okay. Und sonst danke ich recht herzlich für deinen spannenden Vortrag und bitte natürlich auch die Teilnehmer noch auszuharren für den nächsten Beitrag. Ich stoppe jetzt einmal die Aufzeichnung. und bitte bitte auch die Auflichheit Vielen Dank.